Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investoren und Newcomer. Ja, heute gehen wir ein bisschen auf Dogecoin ein, aber nicht nur. Ich wollte kein ganzes Video diesem Dogecoin widmen, weil ich, wie man schon hören kann, nicht viel davon halte. Warum, das erkläre ich gleich. Dogecoin wurde ungefähr 2013 von Produktmanager von Adobe, von Jackson Palmer gegründet. Und der hat es mit dem Hintergrund gemacht, einfach als Parodie, als Joke, irgendeinen Coin dazu erfinden. Auf Basis der Litecoin-Technologie. Ist also ein Proof of Work, muss also gemeint werden, verbraucht viel Computing Power, genau wie Bitcoin und Ethereum jetzt. Aber bei Ethereum ändert sich das durch die Ethereum 2.0 Upgrade, der hoffentlich bald kommen wird. Was ich hier sehen kann ist, wir haben ein Market Cap von 17 Milliarden, allerdings doch schon ziemlich hoch, wenn man das mit anderen Allcoins vergleicht. Das, was mich stört, ist hier, dass der Maximum Supply, genau wie bei Ethereum, nicht limitiert ist. Das heißt, es können so viele Coins nachgedruckt werden, wie man lustig ist. Es sollen sogar 5 Milliarden Coins jährlich auf dem Markt einfach neu dazugebracht werden, was inflationär wirkt. Es senkt den Wert des Coins. Das heißt, ihr habt eine höhere Inflationsrate als mit dem Dollar oder mit dem Euro zur Zeit. Ob das sinnvoll ist, naja, weiß ich nicht, bleibt mal dahingestellt. Da wird halt argumentiert, dass man sagt, ja, ist gar nicht so schlimm, wenn jetzt 5 Milliarden dazukommen, dann steigert sich halt der Total Supply. Aber irgendwann 2050, dann haben wir nur noch eine Inflationsrate von 3%, weil die Anzahl der Coins dann so hoch ist. Wow. Yep, darum will ich rein investieren. Wenn ich über so einen Coin recherchiere und schaue, sollte ich rein investieren. Das ist mir egal, was für Preisanschübe dieser Coin hat. Es ist mir wichtig, ungefähr voraussehen zu können, warum das passiert, wieso der jetzt so gestiegen ist. Und Dogecoin hat keine Anwendung, kein Nix. Ich glaube, da sind einige, so eine Luxushotelkette habe ich gesehen gehabt in den USA. Bietet die Zahlungen mit mehreren Coins ein und unter diesen Coins war auch Dogecoin drin. Was Dogecoin jetzt besser machen würde als irgendwelche anderen Coins, dass ich mich für Dogecoin entscheidend rein investiere, ich wüsste nicht einen einzigen Grund, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt auf die Webseite gehe und nachrecherchieren möchte, was das für ein Coin ist, sehe ich das. Ich meine, wie seriös ist denn das? Ist zwar lustig, ist zwar toll, man kommt rein, hat dieser Hund mit diesem komischen Blick, der Schieber. Aber ich weiß nicht, Leute, dann blätter ich ein bisschen durch, gucke mir ihr Präsentationsvideo an, was ist Dogecoin. Und da wird gesagt, ja, man braucht keinen Mittelmann, man kann Geld transferieren von Melbourne nach was weiß ich wohin. Und der Kollege kriegt das. Es gibt 20 Coins, die das besser machen und wo eine Firma hinter steckt, wo man was Vertrauen schafft. Und dann scrolle ich weiter runter und dann sehe ich sowas hier. Erschaffen von Jackson Palmer, was auch richtig ist. Und Shibetoshi Nakamoto soll wohl eine Parodie zu Satoshi Nakamoto sein, der angeblich der Bitcoin-Programmierer sein soll, der Bitcoin erschaffen hat. Und dann drücke ich mal da drauf und es scheint mir sowas. Das ist die Twitter-Seite von Shibetoshi Nakamoto. Ich weiß zwar nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mein Geld irgendwo reinstecke, möchte ich, dass das seriös ist. Und ich möchte irgendwie etwas Kalkulierbares haben. Dann drücke ich hier auf Jackson Palmer drauf und hier wird dann direkt hinverwiesen, dass er nichts damit zu tun hat und schon lange nicht mehr weiß, was mit diesem Coin passiert. Und dass, wenn sich jemand mit dem Namen Jackson Palmer und in Verbindung mit Dogecoin irgendwo meldet, dass es ein Scam ist, dass er sofort gemeldet werden soll. Das ist hier seine offizielle Webseite und bei Twitter ist er unter diesem Namen unterwegs. Was nochmal für diese Seriosität, von der ich spreche, spricht. Das ist so, das meine ich jetzt ironisch. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, nee. Es gab auch Skandale mit Dogecoin. Es gab mal so einen Typen, der hieß Alex Green hier. Der hat in England, also in United Kingdom, hat der Mola, so eine Exchange gegründet. Und dort konnte man halt Tipps über Trinkgeld, sowas wie Trinkgeld, mit Dogecoin zahlen. Und Leute haben halt so Bruchteile, eine Sense mit Dogecoin gezahlt. Und der Green hat selbst immer irgendwie tausende Beträge von Dollars da reingehauen. Wahrscheinlich, um die Leute zu animieren, mehr zu spenden. Und im Oktober 2014 ist diese Exchange auf einmal verschwunden. Das ganze Geld ist auch mit verschwunden. Es kam dann heraus, dass dieser Alex Green in Wirklichkeit ein Serien-Scammer war, namens Ryan Kennedy. Und der wurde dann im Mai 2016 wegen mehrerer Vergewaltigungen, die er da gemacht hat, für elf Jahre ins Gefängnis gebracht, was die Community ziemlich zum Einbruch gebracht hat von Dogecoin. Allerdings hat er sich jetzt wieder aufgebaut. Warum hat er sich wieder aufgebaut? Ja, Elon Musk postet viel. Ich glaube, die Preisanstiege von Dogecoin kann man mit Elon Musks Tweets in Singularität setzen. Jedes Mal sieht man das. Mark Cuban, der Shark Tank, einer der Sharks in Shark Tank, der hypt das auch hoch und sagt, er wird seine Dogecoins nie verkaufen. Soldier Boy macht Werbung dafür und die Leute gucken sich das an und sagen, hey, das kaufe ich jetzt. Wie gesagt, wenn ich sehe, dass ein Milliardär oder viele Reiche da rein investieren und mir sagen, ich halte das für immer, ich verkaufe es nicht. Erstmal glaube ich denen null. Weil es ist in der Vergangenheit oft passiert, dann ändern sie ihre Meinung, machen, was sie wollen, verkaufen und sagen, ja, der Markt hat sich geändert, das muss ich jetzt doch machen. Für die ist alles gut, aber die, die da rein investiert haben, haben so viel Minus gemacht. Und wenn ich, Elon Musk hat ja selber gesagt, er hat noch nie irgendeinen Coin selber gekauft, also eine Cryptocurrency. Und wenn es so wäre, dann wäre das ein Zeichen für mich, wo ich sagen würde, warte mal, da gehen meine Alarmglocken an. Da ist ein Milliardär, der vielleicht zwei Milliarden reinstecken könnte in so einen Dogecoin, deren Market Cap von, wie viel war das? Der Market Cap von 17 Milliarden hat. Das heißt, wir haben einen Market Cap von 17 Milliarden. Gehen wir mal davon aus, es sind 20 sogar. Es steigt noch mehr. Und Elon Musk steckt zwei Milliarden rein. Das heißt, zehn Prozent des gesamten Market Caps an Dogecoin hätte Elon Musk dann drin. Dann würden jeden Tag mir die Knie zittern und ich würde mich fragen, wann verkauft der Typ jetzt? Weil wenn der seine zwei Millionen auf einmal droppt, dann geht der Preis so schnell runter, da kommt ihr gar nicht hinterher mit Nachkaufen. Ihr seid so schnell im Minus. Und das hätte mir einfach Angst gemacht. Wenn Elon Musk jetzt in Bitcoin investiert, ist das eine ganz andere Sache. Weil gucken wir uns mal den Market Cap von Bitcoin hier an. Wenn ich hier kurz zurückgehe, der Market Cap von Bitcoin sind 1,176 Billionen. Wenn Elon Musk jetzt zwei Milliarden reinsteckt, dann pupst das nur ein bisschen. Geht das zwar einige Prozent hoch, aber das ist nichts im Vergleich des gesamten Market Caps. Oder bei Ethereum oder hier den großen, guckt euch das an, das sind mehrere Milliarden. Wenn da zwei Milliarden reinkommen von einem Investor, gut, schiebt den Preis zwar extrem nach oben, aber nicht so wie bei Dogecoin, weil der halt noch wesentlich kleiner ist. Darum, passt auf, habt ihr überhaupt den Grund, warum ihr da reininvestiert habt? Nachrecherchiert oder habt ihr einfach gekauft, weil Elon Musk da irgendwas postet? Seid vorsichtig, Leute. Passt einfach auf, ich werde auf jeden Fall nie im Leben da reininvestieren. Außer es passiert das, was einige behaupten würden. Der hat jetzt erstmal keinen Sinn und keinen Zweck. Aber da die Nachfrage so hoch ist, kommen vielleicht einige Firmen, die einige Apps aufbauen, die auf die Dogecoin den Benutzer nutzen lässt. Das heißt, bevor nicht sowas passiert und das eine vertrauenswürdige Firma ist, würde ich niemals Geld da reinstecken. Das ist meine Meinung. Ihr müsst wissen, was ihr macht, ob ihr da reininvestiert. Ich werde es natürlich niemals machen, bis ich nicht erkenne, dass da irgendwas Seriöses reinkommt. So, Leute. Wir haben richtig positive Nachrichten gekriegt. Halter von AGE, von Singularity Net, werden einen Airdrop bekommen. Das heißt, es wird regnen. Mit Singularity DAOs für euch. Es kommt ja eine zweite DeFi, Decentralized Finance Token, auf Basis von Singularity Net, des Singularity DAO. Und es wird 100 Millionen Singularity DAOs geben. Und 5% davon, also 5 Millionen, werden Singularity Net Haltern geschenkt. Monatlich, über 4 Monate, werden dann 25% von diesen 5 Millionen, also 1,25 Millionen, geairdroppt. Und die Voraussetzungen sind, dass man mindestens 1.000 AGE-Token halten muss. Und die dürfen nicht auf einer Exchange sein, sondern auf einer Hard Wallet, wie Ledger Wallet und hier die restlichen. Und nicht vergessen, wenn ihr euch einen Ledger kaufen wollt, geht in unseren Affiliate-Link unten rein und macht das über uns. Kostet euch nicht mehr und auch nicht weniger, aber ihr unterstützt uns damit. So. Wie kann man teilnehmen an dem Airdrop? Man muss auf die Singularity Net Webseite drauf, beziehungsweise Singularity DAO. Und dort muss man sich dann anmelden. Ich habe das jetzt versucht, aber ich habe dieses Anmeldeformular dafür nicht gesehen. Wahrscheinlich wird das erst kurz vor dem Airdrop, wird das wahrscheinlich freigestellt, dass man sich da anmelden kann. Es wird folgendermaßen ablaufen. Was ich sehr, sehr fair finde, es wird nicht je nachdem, wie viele Anteile man am AGE hat, als Token von Singularity DAO verschenkt, sondern je nachdem, wie viele Wallets sich da angemeldet haben und ihren Singularity DAO claimen. Das heißt, wenn sich 1000 Wallets da angemeldet haben, dann werden von den 2,25 Millionen, die werden dann auf 1000 geteilt. Und jeder kommt dann einen gleichen Betrag an Singularity DAO aus. Wenn wir 500 Wallets natürlich haben, dann bekommen wir 2500 Singularity DAO aus. Wenn wir nur 250 Wallets haben, die sich da angemeldet haben und claimen wollen, kriegen wir 5000 DAO aus. Also je nachdem, je mehr Wallets sich anmelden, desto weniger wird der Singularity DAO, den man bekommt. Und je weniger sich anmelden, desto mehr Singularity DAO bekommt man dann. Was ich sehr fair finde. Andererseits auch, wenn da jetzt einer ist, der über eine Millionen AGE hat und sagt, ey, das wird jetzt aufgeteilt, ich habe eine Millionen AGE, der eine hat nur 1000. Wieso bekommt er so viel wie ich? Ja, du hast schon genug Kohle gehabt, dass du dir eine Millionen AGE leisten kannst. Jetzt lass den einmal, der nur 1000 AGE hat, auch mal seinen Spaß damit haben. Daher finde ich, ich persönlich finde das super. Ich habe zwar wesentlich mehr als 1000 AGE, aber ich habe kein Problem, dass einer, der nur 1000 hat, der nicht so viel Geld hat, um rein zu investieren, genauso viel bekommt wie ich. Ich finde das fair und schön und man kriegt das ja sowieso geschenkt. Jetzt zu einem Thema, was ich sehr interessant finde. Das habe ich von meinem Handy aus eigentlich rüberkopiert, diesen Link. Ich kriege jetzt auf meinem Handy tatsächlich, ihr habt das ja überall gehört auf YouTube, auch viele YouTuber haben darüber berichtet, dass Coinbase IPO gegangen ist, dass sie jetzt an der Börse sind, an der Nasdaq gehandelt werden und der Preis ist extrem gestiegen, schon nach einem Tag. Und ja, die Frage stellt sich hier für mich, wie positiv ist das? Wenn wir uns den Altcoin Market Cap angucken, wir haben ja gesehen, dass der explodiert ist. Wir haben ja neue All-Time-Highs erreicht und wir sind über 2,2 Billionen hochgeschossen. Also auf den ersten Blick schaut das so aus, als ob es sehr, sehr positiv ist. Weil die Inge, die hat sich jetzt hier irgendwo in der Nachbarschaft mit ihren 60 oder 70 Jahren, hat das jetzt gelesen bei der Frankfurter Allgemeinen, und denkt sich, ja, das ist doch, was ist denn das für eine Krypto-Sache hier, Bitcoin? Hier wird immer als Beispiel Bitcoin halt erwähnt. Hier werden nicht Altcoins erwähnt, hier werden nicht Kryptowährungen erwähnt, sondern es wird oft Kryptowährungen in Verbindung mit Bitcoin immer erwähnt. Darum ist das meistens der erste Coin, wenn Leute sich da rein investieren möchten, dass die zu allerersten Bitcoin reingehen und dann gucken sie sich mal um, denken sich, was bei Coin Market Cap, schauen die mal hier rein und gucken, du, was, es gibt über 9.200 Kryptowährungen? Und dann gucken sie sich das mal an, recherchieren, was ist das hier, XRP, Ethereum, Cardano, was machen die denn alles? Und dann recherchieren sie erst nach und verstehen überhaupt, was es für Alternativen dazu gibt und was für Technologien das sind und dass jeder Coin sich spezialisiert auf einen ganz anderen Bereich. Und dann fließt das Geld oftmals von Bitcoin wieder weiter an die anderen Coins, wo Leute eventuell denken, dass es viel versprechender ist oder wo sie sich viel höhere Gewinne von erwarten. Allerdings gibt es da so eine Sache, die, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher YouTuber das gesagt hat, was ich interessant fand. Das Risiko kann darin bestehen, dass einige jetzt eventuell, da wir ziemlich nah am Höhepunkt des Bullruns sind, ihr Geld auscashen und in die Coinbase-Aktie reingehen würden. Und wenn das passiert, dann könnte das sogar der Auslöser für den Bärmarkt sein. Weil wenn viele, viele Leute jetzt sagen, Mensch, Aktien sind mir wesentlich sicherer als Kryptos, die sind nicht so volatil und ich möchte diese Nervosität nicht haben, ob das jetzt täglich steigt oder fällt und haben diese Angst dann, ist das eine super Alternative. Weil das ist eine Aktie, die man kauft, die fällt oder steigt, je nachdem, wie diese Exchange, wie diese Börse Gewinne erzielt durch Kryptowährungen. Das heißt, indirekt würde man mit in die Kryptowährungen reininvestieren, aber halt, wie gesagt, indirekt halt. Der Gewinn der Aktie ist basierend auf dem Verlauf des Kryptomarkts. Und das eventuell würde vielen vielleicht die Sicherheit geben, dass sie sagen, doch, ich gehe da vielleicht rein. Wir hatten ja 2017 den Beginn mit Bitcoin-Features, hat ja den Bärmarkt ausgelöst und diesen kompletten Fall, ob das jetzt nur auf den Launch der Features zurückzuführen ist, sei mal dahingestellt, halte ich auch für fraglich. Aber dass das ein Riesenfaktor dafür sein könnte, klar, es passt mit den Zeiten halt zusammen. Und da ich sowieso bis September, Oktober, November den Bullrun sehe, könnte das sein, dass auf dem Höhepunkt einige sagen, hey, ich cash mal ein bisschen aus oder einen großen Teil von meinem Gewinn, werde ich dann hier in die Coinbase-Aktie reinstecken. Ja, darum ist alles immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ist natürlich auch wundervoll, weil durch Coinbase wird das jetzt überall berichtet, wie selbst hier in der Frankfurter Allgemeinen wird das hier berichtet. Und ich kriege es auf meinem Handy, was ich super interessant finde. Und das gibt dem Outcoin-Markt riesengroße Publicity, weil hier steht jetzt zum Beispiel nicht nur Bitcoin auf dem Bild drauf. Hier sehen wir Ethereum, Ethereum 2.0, gibt es auch schon. Bitcoin, Binance Coin und hier unten sehen wir knapp XRP. Das sind halt auch positive Sachen, die auch werben für den Kryptomarkt. Ist positiv, kann aber auch in die andere Richtung gehen. Schauen wir mal, müssen wir abwarten. Ich halte das zuerst mal für sehr positiv, weil uns das mehr Publicity bringt. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Bleibt abzuwarten. Okay Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und Crypto Heroes out.